Ja und woher wusstest du, dass man jetzt hier Lampen recyceln kann? Da gibt es eine Internetseite, guck mal hier unter sammelstellensuche.de. Dann gibst du hier oben einfach deine Postleitzahl oder deinen Wohnort ein und dann findest du alle Händler und Recyclinghilfe, wo du deine alten Lampen abgeben kannst. Sehr easy. Also ich meine, ich war mir noch nicht mal sicher, dass man Lampen überhaupt recyceln kann oder muss. Ja, unbedingt muss. Von jeder alten Lampe kann man bis zu 90 Prozent der Bestandteile recyceln. Ja, du darfst also auf keinen Fall deine alten LEDs oder Energiesparlampen einfach so in den normalen Hausmüll schmeißen. Nee, du musst unbedingt zu so einer Sammelstelle fahren und die Lampe einfach in so eine Sammelbox legen und rein damit. Sehr gut.